Ryan Gosling, Serena Williams und Co. In Paris, so fiebern die Stars bei Olympia mit. Paris, Frankreich, die Olympischen Spiele locken das Who is Who aus aller Welt an, zahlreiche Promis haben ihre Zelte in Paris aufgeschlagen, um kein Highlight zu verpassen. Schauspieler, Bühnenstars und Sportlegenden fiebern auf den Rängen mit. Sogar Ryan Gosling, 43, und Eva Mendes, 50, die man privat sonst kaum zu Gesicht bekommt, werfen ihre Zurückhaltung über Bord. In Paris ließ sich das Hollywood-Paar beim Dressurreiten und Gerätetornenblicken eine kleine Sensation angesichts der Tatsache, dass die beiden Schauspieler seit Jahren keinen gemeinsamen Auftritt absolviert haben. Die sonst so öffentlichkeitsscheuen Stars brachten sogar ihre Töchter Esmeralda, 9, und Amada, 8, mit. Entspannt saß die vierköpfige Familie auf der Tribüne und verfolgte, wie Kai Janemur, 17, sich die Goldmedaille am Stufenbahn sicherte. Besonders die kleine Amada, die auf Papas Schoß saß, Stars geben sich in Paris die Klinke in die Hand. Auch Kinolegende Sharon Stone, 66, Basic Instinct, liebt Olympia, verfolgte das Tennisfinale der Männer. Ebenso Tennis als Serena Williams, 42, die zuvor noch bei den Beachvolleyballern auf dem Rang saß. Und auch Schauspieler Omar Sy, 46, ziemlich beste Freunde, outete sich in Paris als absoluter Sportfan, unterstützte sein Land unter anderem beim Judo sowie die Basketballer beim Vorrundenspiel gegen Deutschland, bei dem sich die Franzosen dem Team rund um Ausnahmetalent Dennis Schröder, 30, geschlagen geben mussten. Untertitelung des ZDF, 2020